So, da ist jetzt gerade die Mara bei der Micha angekommen. Toll machst du denn. So eine brave Maus, gell? Mara. Oh, wer widelt denn da? Mara. Schau hier. Bein. So eine Süße. Ja, schau. Toll. Nur ganz kurze Beine, kannst du dich mal hinstellen, Mara, damit wir dich sehen? Ja. Mara, schau mal. Wo ist die Mami? Wo ist die Mami? Ich bin Mara. Ja. Oh. Oh, ich bin du süß. Super. So ein Schatz. Du bist ein bisschen lang geraten, gell? Und hast einen weißen Bauch. Zeig mal. Ui. Ja. Ein bisschen vorsichtig noch, gell? Aber Hauptseite geht's jetzt gut. Fein, gell? Oh, jetzt kannst du gleich Gesicht abschlecken. Ja. Wo ist die Mami? Wo ist die Mami? Auf den Schoß hupfen. Da ist sie. Krabbelst du gleich auf den Schoß? Hä? Dein süßer Schatz. Du bist süß. Du bist süß. Ja. Super. Super. Die Mami ist dein Zuhause.